So, moin zusammen, hier das langersehnte Video, richtig geile Idee und danke nochmal an den Marco Corsa, Paul Corsa, sorry ich hätte den Namen gerade nicht genau im Kopf. Ja, also es sind knapp 200 Einsendungen gekommen, manche Leute haben ihre ganze Autohistorie geschickt, also richtig krass, sind einige hundert Dinger, wir sind bei knapp 30 Minuten, in dem Video und ja, der Sound ist jetzt nicht so der Knaller dabei bei den Videos, sorry bei den Fotos, muss ich halt auf was Rechtesfreies zurückgreifen und verzeiht mir das an dieser Stelle, wenn es euch nicht gefällt, Ton aus, macht Musik an oder irgendwas anderes und ja, ansonsten hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, interessant zu sehen, was da alles für Kisten vertreten sind, angefangen von einem kleinen, was weiß ich, Opel Corsa, der sein Fahrzeug genauso liebt und pflegt, bis hin zu einem großen Fünfer-BMW oder ähnliches. Also das finde ich echt cool, dass wir da so unterschiedlich vertreten sind, für die einzelnen Bedürfnisse und Geschmäcker, alles dabei ist und genau das ist es und war auch immer so mein Ziel, einfach so eine Community da aufzubauen, die wirklich so unterschiedlich nicht sein kann, aber doch ein gemeinsames Hobby, einfach das Auto hat und zugleich natürlich auch die Pflege. Also nochmal, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und kommentiert doch mal unten unterhalb des Videos in die Kommentare, welches Fahrzeug von euch ist und vielleicht ergeben sich dann noch so ein paar Gespräche, Diskussionen, ja, was hast du da dran gemacht oder was hast du für eine PS-Leistung und so weiter und so fort. Also jeder einfach mal runterschreiben, zack, mir ist der, was weiß ich, VW Scirocco sehe ich jetzt hier rechts, hier der weiße zum Beispiel oder was auch immer. Ja, dementsprechend gelang gelabert, genug gelabert, los geht's! Evet! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.